Früher in Rente gehen, ohne dass es der Arbeitgeber bemerkt und den Hinzuverdienst noch nebenbei mitnehmen. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Das Thema der vorgezogenen Altersrente oder wie Sie es auch gerne nennen, die Frührente, ist bloppt jetzt gerade wieder brandaktuell auf, überall zu lesen, in der Wirtschaftswoche, in irgendwelchen Online-Magazinen, da auch die Überschrift, kann ich Frührente bekommen, ohne dass mein Chef es merkt. Im Grundsatz ist das schon möglich, meine Damen und Herren. Da muss man halt eben beim Rentenantrag ein bisschen aufpassen, aber es gibt auch arbeitsrechtliche Probleme, die man hier beachten sollte. Ich hebe da schon immer ein bisschen den Finger, meine Damen und Herren. Also auch das erleben wir sehr, sehr häufig in unserer Kanzlei, dass eben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, ja, wir wollen die Rente beantragen, aber bitte sorgen Sie dafür, Herr Knöbbel, dass mein Chef da nichts mitbekommt. Meistens klappt das auch, aber da muss auch die deutsche Rentenversicherung mitspielen. Das zum Thema deutsche Rentenversicherung, wenn Sie das jetzt hören, mein Video, sehen mein Video, Sozialdatenschutz oftmals bei Ihnen leider nicht so ganz auf der Pfanne. Also, wie geht das rentenrechtlich? Relativ einfach. Damit das Chef das grundsätzlich erstmal nicht mitbekommt, sollten Sie in dem Rentenantrag für die Altersrente als allererstes Mal auf die Hochrechnung verzichten. Hochrechnung ist eine spezielle Variante der Rentenberechnung, sodass Sie schneller an Ihre Rente bekommen, darauf verzichten. Wenn Sie nämlich nicht darauf verzichten und die Hochrechnung ankreuzen, schickt die deutsche Rentenversicherung eine Mitteilung an Ihren Arbeitgeber und schon weiß er es. Und dann können nämlich die Probleme wirklich bekommen. Als zweites, damit der Chef das auch nicht merkt, wenn Sie den Hinzuverdienst noch haben, weiterarbeiten wollen neben der Rente, beantragen Sie bitte eine Altersrente als Teilrente. Warum? Wenn Sie die Altersrente als Vollrente beantragen und Sie würden weiterarbeiten, sind Sie verpflichtet, Ihrem Chef das mitzuteilen, weil Sie nämlich dann nur Anspruch auf den ermäßigten Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Und Sie müssen dann Ihrem Chef sagen, hier, ich habe eine Vollrente, weil Sie nämlich dann kein Krankengeldanspruch mehr haben. Machen Sie das nicht, entsteht Ihrem Chef wirtschaftlich gesehen ein Schaden. Nämlich, er müsste nämlich dann statt 7,0 Prozent 7,3 Prozent zahlen. Und das ist gesetzlich sozusagen in diesem Fall nicht vorgesehen. Also 99,99 Prozent Teilrente beantragen und selbstverständlich auf die Hochrechnung verzichten. Und Sie sollten bitte der Rentenversicherung unmissverständlich bei Rentenantrag klar machen, in einem entsprechenden Schreiben, dass Sie es nicht wünschen, dass die Rentenversicherung hier an Ihren Chef herantritt. Vor allen Dingen dann, wenn es um die Frage geht, wie das denn ist mit den gemeldeten Arbeitsentgelten vor Rentenbeginn. Da sagen Sie schlicht und ergreifend, die sollen die Meldung einfach abwarten, auch wenn sie später kommen. Warum ist das so? Für Sie ist es überhaupt kein Problem, wenn Sie weiterarbeiten, einfach auf Ihre Rentenzahlung, die dann rückwirkend geleistet wird, einfach zu warten. Da müssen Sie, da können Sie auch mal drei Monate darauf warten. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn die Rente zum 1.5.2024 beginnen soll und das Arbeitsentgelt von Ihrem Chef bis dahin noch nicht gemeldet worden ist, dann können Sie locker meinetwegen zwei, drei Monate noch warten. Denn Sie haben ja noch das Arbeitsentgelt, was Sie auch noch bekommen. Also letzten Endes ist das alles klar. Das ist das eine und das andere ist natürlich die Frage, sich zu stellen, wie sieht es denn arbeitsrechtlich aus? Es gibt in manchen Arbeitsverträgen halt Klauseln drin, die sagen, wenn Sie eine Altersrente vor der Regel Altersrente beziehen, also eine vorgezogene Altersrente bekommen, die beziehen, das Wort heißt beziehen, Bezug, dann ist das Arbeitsverhältnis ab Ende des Monats, in dem Sie die Rente beziehen, automatisch beendet. Solche sogenannten Altersbegrenzungsklauseln gibt es in Arbeitsverträgen. Und deshalb müssen Sie da höllisch aufpassen, dass Sie erst einmal, bevor Sie einen Rentenantrag stellen, hier reingucken in Ihren Arbeitsvertrag, ob es nicht eine solche Klausel gibt. Es kann ja sein, dass Ihr Chef gerade Personal abbauen will, dann freut er sich natürlich darüber, dass Sie eine Rente beziehen, wenn er es denn mitbekommt. Grundsätzlich sind Sie arbeitsrechtlich, auch wenn es eine solche Verpflichtung im Arbeitsvertrag gibt, nach meiner Auffassung nicht verpflichtet, die Rente oder den Antrag auf eine solche Rente mitzuteilen. Das müssen Sie. Nur wenn im Arbeitsvertrag eine Altersbegrenzungsklausel drinsteht, wo ausdrücklich auf den Bezug einer Altersrente abgestellt wird, dann sind Sie verpflichtet, dem Arbeitgeber den Rentenbezug mitzuteilen. Sie sind verpflichtet. Ob Sie das dann machen, ist eine völlig andere Frage. Aber arbeitsrechtlich gesehen werden Sie dann verpflichtet. So, also Sie sehen, es ist nicht ganz so einfach. Und das Schlimmste, was bei uns hier mal passiert ist, war in der Kanzlei, obwohl wir das der Rentenversicherung mitgeteilt haben, die haben tatsächlich die Frechheit gehabt und haben sich an den Arbeitgeber gewandt mit einem Schriftstück, was er doch bitte mal wegen dem durch unseren Mandanten gestellten Rentenantrag hier noch Arbeitsentgelte zu melden haben, weil die Deutsche Rentenversicherung und auch einige Träger der Rentenversicherung schlicht und ergreifend in ihrer Handlung oder ihrer Abarbeitung des Rentenantrags immer so aufgestellt sind, dass sie sagen, wir brauchen die Entgeltmeldung, ansonsten können wir die Rente nicht berechnen. Und das ist immer genau das Problem, dass sie das schlicht und ergreifend dann eigentlich entgegen dem Willen des Rentenantragstellenden hier einfach den Arbeitgeber anschreiben und den auffordern, hier eine Entgeltmeldung abzugeben. Und das ist wiederum ein ganz massiver Verstoß gegen das Sozialdatengeheimnis. Das heißt, die Rentenversicherung darf das grundsätzlich nicht machen, ohne dass sie das vorher wissen. Das heißt, sie müssten dann einwilligen oder aber die Rentenversicherung schickt ihnen das Schreiben oder uns das Schreiben und dann werden wir darauf entsprechend reagieren und das Telefon in die Hand nehmen und die Rentenversicherung anschreiben oder anrufen und denen sagen, nein, wir wollen die Entgeltmeldung schlicht und ergreifend abwarten. So sieht es einfach aus. Also, meine Damen und Herren, ja, es ist möglich, dass sie eine Frührente bekommen, ohne dass sich ihr Chef merkt. Ja, es ist möglich, dass sie eine Frührente bekommen, wo es gar nicht darauf ankommt, ob es ihr Chef merkt oder nicht merkt, weil arbeitsvertraglich schlicht und ergreifend ein Ende des Arbeitsverhältnisses bei Bezug einer vorgezogenen Altersrente gar nicht vereinbart ist. Dann können Sie machen, was Sie wollen. Ja, dann können Sie das Ihrem Chef sagen oder auch nicht sagen. Probleme gibt es nur, so wie ich es gesagt habe, im Bereich des Krankengeldes bei Vollrente oder Teilrente. Hier müssen Sie bitte höllisch aufpassen, dass Sie bitte, wenn Sie eine Altersvollrente beziehen, also diese 100% Rente beziehen, dass Sie da bitte den Arbeitgeber zwingend, das müssen Sie dann machen, zwingend informieren, dass Sie eine Altersrente beziehen, weil er nämlich dann einen anderen Krankenversicherungsbeitrag, der ist etwas niedriger, dann der Krankenkasse meldet. So, das soll es mal gewesen sein zu dem Thema. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die laufende Rentenwoche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.